Meine Liebe musikalisch, was Entertainment angeht, gehört eindeutig, geht rechts in Amerika, eindeutig Senator Martin, Sammy Davis, die Ecke dazu, die Leichtigkeit etwas hinzukriegen, ohne dass wir merken, dass das lange, lange Einstand bei ihr, wenn auch in, sagen wir mal, ärmlicheren Verhältnissen. Einmal in der Woche gab es dann das Fleisch und das war bei uns immer am Freitag, war immer ein Wäschetag und da mussten wir alle fleißig helfen. Und am Ende gab es dann Hackepeterbrötchen, das kennt kaum noch jemand, Hackepeterbrötchen ist ein fettes Schweinemid, das wollte ich sagen, aber damals mit frischen Brötchen ein Hochgenuss, das gab eben nicht immer alles. Das war eine große Familie. Wenn wir Geburtstagsfeiern hatten, war das wirklich eine Großfeier, wirklich mit 40, 50 Leuten. Da war mein großer Cousin, Wolfgang, ja, mit Wolfgang kam ich wunderbar aus, das war ein Mensch, der mir sehr wichtig war. Naja, bevor ich ein Moped hatte, hatte er ein Moped, bevor ich ein Fahrrad hatte, er ein Fahrrad, bevor er eine Freundin hatte, also ich hatte er eine, also alles das. Er war so ein Stück Vorleben für mich, ja. Er hatte erst den Führerschein, dann hatte ich ihn, also immer dieses Stück Voraussein, hat mich auch zu einer Bewunderung geführt für ihn. Und Wolfgang führt ihn an die Musik der Rolling Stones heran. Die Beatles sind ihnen zu brav. So werden die Stones zum Soundtrack einer Kindheit im Arbeiterbezirk Wedding im französischen Sektor. Die Zonengrenze zum Ostteil der Stadt ist greifbar nah. Wir haben erlebt, in Berlin-Wellingen, nah an der Müllerstraße, wenn dann die Mauer gebaut wurde und wenn es dann irgendwelche Schwierigkeiten gab an der Grenze, dann fuhren von den Kasernen im Dreieckendorf die französischen Panzer, die Müllerstraße runter bis zur Chausseestraße, um dort die Rohre nach vorne zu stellen. Wir wohnten ja so nah an der Chausseestraße, an einem Grenzübergang, dass logischerweise auch welche jetzt dann auf der anderen Seite gelebt haben. Die vorher noch leicht erreichbar war. Man ist halt mal 100 Meter weitergelaufen, aber das ging nicht mehr. Also dieses Erlebnis war schon erklärendswert für meine Mutter. Also zu sagen, warum ist das jetzt so? Und dann wurde eben erklärt, da drüben ist dann der Russe und der hat jetzt gesagt, das muss so gemacht werden. Das war die einfache Erklärung der Menschen. Und noch etwas muss ihm irgendwann erklärt werden. Warum seine Mutter gar nicht seine leibliche ist. Auch das erfährt man, dass man nicht die leibliche Mutter hat von seinen Klassenkameraden. So, jetzt wenn die dann kommen und sagen, sag mal, meine Mutter ist 35 oder 100 und deine Mutter ist Anfang 60, ist ja gar nicht deine Mutter. Und dann auf Schulhöfen wird man dann manchmal auch etwas handgreiflich, wenn man sich attackiert fühlt. Ich habe mich dann meiner Mutter mal verteidigt, aber dann gab es irgendwann ein Gespräch zwischen meiner Mutter und mir. Und dann habe ich gesagt, du, es wird immer, sagen wir mal, offensiver, diese Fragen meiner Mitschüler. Und dann hat sie gesagt, ja, wir müssen uns mal unterhalten. Und sie hat es mir erklärt. Und dann war es gut. Er hat sich irgendwie an die Schulter oder irgendwie und fällt runter. Und ich konnte sie mit meinem Alter nicht halten, weil ich unten das Stor festhalten musste, weil sie es oben wieder reinknipsen wollte. Und dann bin ich los, dann meine Nachbarn, die hatten ein Telefon, dass die mal die Feuerwehr rufen. Und dann kamen sie ins Krankenhaus. Ich hatte einen Schlaganfall, war dann halbzeitig gelähmt. Und ich ist dann damals in dem Krankenhaus verstorben. Und dann war ich praktisch ohne Pflegemutter. Und der amtlich bestellte Vormund war dann natürlich verpflichtet, mich ins Heim zu tun. Und dann hat meine Tante Lisbeth da gesagt, hey, Veto eingelegt und hat gesagt, nein, ich möchte, dass der Junge zu mir kommt. Und dann bin ich dann diese paar Kilometer von der Burgstaffstraße hoch in die Wohnung gezogen, wo dann eben Telefon, Balkon und Badezimmer da war. Und ein eigenes Zimmer für mich. Das erste eigene Zimmer. Ronald beendet die Schule und lässt sich treiben. Das Berliner Großstadtleben bietet genügend Zerstreuung. Vor allem musikalische. In Berlin waren wir immer im Countdown. Da komme ich auf die Geschichte. Da war ein Diss-Jockey, der da oben auf dem Turm saß. Der war später bei der Hansa Musikproduktion Rundfunkpromotionmann. Also mein Zustand, der Rundfunkpromotionmann. Das war mein Diss, mein Held da, als ich da unten stand, um dem zugeguckt habe. Der hat den Mut bewiesen, Frau Rosenberg nach Clarence Claywater Revival zu spielen. Dann Bob Dylan und dann Cindy und Bert. Lass dir doch der Zunge zergehen. Das musste man heute machen. Viel Vergnügen. Dann kam Thomas Meisel raus, dieser große Produzent hier aus Berlin. und sagte, mein Name ist Tommi, komm doch mal bitte mit rein. Ich nehme in sein Büro rein, in dem ich später hunderte Male war. Und dann sagte er, würde ich dir gerne einen Drei-Jahres-Vertrag anbieten. Ich sagte, oh. Da haben wir uns geeinigt, habe ich dann noch am 23. Dezember sogar unterschrieben den Vertrag. Also der Herr Meisel meinte dann zu mir, also Ronald Keiler, mein lieber Ronald, das geht gar nicht. Das macht keinen Sinn. Also offensichtlich, Ronald ist auch kein Deutscher, der bricht sich damit. Ronald ist eher so ein englischer Name. Und Keiler, bitte ein männliches Wildschwein, das geht gar nicht. Und innerhalb der Firma wurde überlegt und irgendeiner kam, auf den Ronald einen Roland zu machen. Und dann war es dann keiner ein Kaiser. Ich will jetzt kein Copyright und Urheberrecht ansprechen, aber ich glaube, es war meine Idee. Und da meinte Tommi auch ziemlich immer, das mit der Figur, da arbeiten wir nochmal dran. Da war ein bisschen viel, da ist schon drauf, ein Speck. So acht bis zehn Kilogramm. Und ja, klar. Ich sage, okay, innerhalb von ein paar Wochen, das ist Roland, waren die Kilos weg. Was ist wohl aus ihr geworden? Die Kaisermacher stürzen sich auf die eigentliche Arbeit. Ich bin da. Zwei Singles pro Jahr verlangt der Vertrag. Eine Nacht. Und der Automobilkaufmann Kaiser liefert. Dann kam die erste Single, die wurde nichts, die zweite nicht, die dritte nicht, die vierte nicht. Hat aber Thomas Meisel nie beunruhigt. Der sagt, wir haben alles, Zeit fahren, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Es gibt allerdings eine Institution, die einem Erfolg kräftig nachhelfen kann. Hier ist Berlin. Das zweite deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer eins der Kidsparade. Am Mikrofon, Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Herzlichen Dank. Es war eine geniale Idee, so eine Sendung zu installieren, Leute abstimmen zu lassen, zuerst erst mit dem Brief schreiben, später mit dem Chat, der dann entwickelt wurde, und dem deutschen Musikgeschmack eine Heimat zu geben. Als der Hip-Berade dann kam, war ich natürlich eine kleine Engländerin und war ein bisschen Außenseiter. Und der Turk Brands war der Regisseur. Und der Turk Brands hatte dann, wenn wir unsere Proben gehabt hatten, saßen wir alle so hinter der Bühne und haben ja dann, also hat er mit uns diskutiert, wie wir aussehen und was wir zu tun hatten. Und er war ja ganz, ganz hart. Wie denkst du eigentlich hier aufzutreten nach dem Motto? Und dann kam oft der Kommentar von oben, zieh das wieder aus, fahr in die Stadt, zieh dich um, so eine vernünftige, Sie erkennen jetzt keine Karnevalsveranstaltung. Und dann haben wir die Sprüche kamen dann. Da dachte ich, ey, das ist nicht lustig, das machst du nicht mit. Bei mir war er immer sehr lieb. Ich weiß nicht warum, aber bei mir war er immer lieb, hatte ich nicht dieses Problem. Mit der Kitt trägt einfach Anzüge, das ist Ruhe. Da kann er nichts machen gegen. Anzug ist ein Anzug. Regisseur Druck Brands ist zufrieden und der Kaiser hat sein Bühnenoutfit gefunden. Den Anzug. Darin wird er in Zukunft immer seine Auftritte absolvieren. Steigendes Lampenfieber nimmt ihm der Anzug jedoch nicht, denn die Konkurrenz ist erdrückend. Da waren viele Kollegen, die schon oft da waren, die sehr viel erfahrener waren und wenn man ein bisschen Realist ist, sagt man, okay, du hast ja keine Chance, wiederzukommen. Also mach mit und mach das so gut wie möglich. Also ich habe sicherlich nicht geschrotzt vor Sicherheit. Weiter mit der Stand Nummer 9, meine Damen und Herren, ein neuer Name, Roland Kaiser. Du sitzt ja plötzlich mitten zwischen Leuten, dann bringt er das Mikrofon, wenn es so eine Schnur dran, dann musst du loslaufen, nicht teilen über das Ding. Live singen, den einen sagt nicht, weil Einsatz verpassen ist Feierabend. Das ist alles nicht so lustig. Eine Nacht, die ich nie mehr vergessen kann. Ich bin bei gearbeitet. Ich hatte ja meinen Verdienst, meinen Job. Ich war 1976 im Frühjahr, als mir dieser Automobilkonzern diesen Job angeboten hat. Sie können bei uns weg vom Handel rein in die Fabrikation, in unsere Zentrale und dann einen Lehrgang machen und dann die Later nach oben gehen. Und dann in dem Moment singt ihr ein Lied, weil plötzlich in die Charts geht. Dann ging die Aufträge los, die Auftritte und dann habe ich mir die Frage stellen müssen, wo lang willst du gehen? Richtung Management oder Richtung Singen? Und mit damals war ich halt eben 24 Jahre alt und denke, naja, probieren wir mal was singen, mal sehen, mal gucken, was passiert. Kann man ja vorher nicht wissen. Die männlichen Teilnehmer dieses Abends waren eher da, um mit den Damen Kontakt zu kriegen. Und wenn da einer kommt und zweimal 30 Minuten einen stört, hat ihnen das nicht gefallen. Das heißt, sie mussten oder man musste versuchen, die auf die eigene Seite zu kriegen. Das war eine ziemlich knifflige Aufgabe. Später hat man dann anfing, in Veranstaltungen zu sein, wo eben eine Betriebsfeier war, weil keiner wusste, wer kommt denn da eigentlich als Künstler? Da sitzen ja nicht ein 2.000 oder 3.000 Roland-Kaiser-Fans, sondern Mitarbeiter einer Firma. Und die, wenn vielleicht wären für die eigentlich Peter-Alexander-Fans oder das, dann kommt man da um die Ecke gebogen. Und auch die muss man versuchen, von dem, was man kann, zu überzeugen. Zu überzeugen versucht Roland-Kaiser auch auf einem anderen Gebiet, dem Tanzen. Professionelles Tanztraining gehört zur Optimierung eines Stars. Rausholen, was geht. Milton Jones, der kam aus Amerika, hat dann am Broadway da irgendwie getanzt, hat hier in der Schule aufgemacht in Berlin und brachte Leuten Jazz-Dancing bei. Ich dachte, okay, ich habe mir da ein Ticket gekauft, ich glaube für 500 Mark, um mal zwei, drei Monate tanzen zu lernen. Ich glaube, nach der dritten oder vierten Stunde kam er zu mir und sagte, er würde mich gerne sprechen. Ich sage, warum? Na ja, ist jetzt nicht so für einen Leuten. Weg, geh mal in mein Büro. Dann sagt er, hier, das ist dein Geld wieder. Ich möchte dich bitten zu gehen und komm nicht wieder, Roland.